Jung, sympathisch und zielstrebig der neue Sea Devils Running Back Chrisman Kay. Arndt Möller fasst zusammen, das sind die heißesten ILF Free Agents und Clemens Schuld wechselt von Paderborn nach Düsseldorf. Das sowie alles Wissenswerte aus ILF und GFL jetzt in der Football News Zone. Die Football News Zone wird euch präsentiert vom Erdinger Bauhaus. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Football News Zone Ausgabe im Jahr 2024. Es gibt noch eine Menge aufzuarbeiten, bevor wir uns in den Weihnachtsurlaub verabschieden können. Also legen wir los. In der Dienstagsausgabe der News Zone haben wir vermeldet, dass der Berlin-Adler Running Back Chrisman Kay nach Hamburg zu den Sea Devils wechselt. Heute wollen wir euch eines der größten deutschen Running Back Talente etwas genauer vorstellen. Moritz Fitzek. Er ist 20 Jahre jung, 1,80 Meter groß und bringt ca. 100 Kilo auf die Waagel. Daten und Maße eines immer gut gelaunten, aber auch zielstrebigen Running Backs. Also ich glaube, jeder Spieler hat ein paar persönliche Ziele und ein persönlicher Ziel für das Team. Also für mein Team möchte ich auf jeden Fall ein Championship, das ist no doubt. Also für mich ist es wichtig, dass wir glaube ich alle dieselbe Zielrichtung haben, in den Playoffs zu kommen, in den Championship zu gewinnen. Das ist so mein Ziel für das Team und für mich. Als persönlicher Spieler, nur für meinen Bewohlfindung und so, will ich Rookie of the Year werden. Ob jetzt Offense oder Overall, das ist safe. Ich versuche mich immer in eine hohe Kategorie zu packen, weil ich weiß, ich könnte es schaffen mit einem guten Coaching und so. Und ich habe den Selbstvertrauen zu sagen, ich kann diese Ziele schaffen. Aufgewachsen ist Crispy, wie er genannt wird, in Berlin Spandau. 2019 hat er bei den Bulldogs mit dem Football begonnen, 2022 wechselte er zu den Berlin Adler Juniors. Sein Talent und seine Zielstrebigkeit sind aber nicht nur den Hamburg Sea Devils aufgefallen. Natürlich habe ich so gute Anfragen bekommen, also nicht mal nur in Berlin oder in Hamburg, sondern auch außerhalb von Deutschland sogar. Aber für mich ist einfach glaube ich erstmal, ich will es erstmal langsam angehen. Also heißt, da habe ich mir gedacht, okay, ey, nämlich Hamburg, ich weiß, so Hamburg ist auch jetzt nicht in Berlin, so. Aber für mich, ich glaube, wenn ich nächstes Jahr wissen will, wie es ist, in einer anderen Stadt zu wohnen, will ich das erstmal entspannter machen. Heißt, darum habe ich mich entschieden zu pendeln, dass ich mich daran gewöhne, in einer anderen Stadt zu sein. Für die Berlin Adler konnte der Running Back in der abgelaufenen GFL Season insgesamt 1.126 Yards und zwölf Touchdowns beisteuern. Beeindruckende Zahlen, aber jetzt geht's in die ILF. Und Crispy weiß genau, was ihn in der neuen Liga erwartet. Also ich habe gehört, dass es auf jeden Fall ein bisschen sehr schneller sein sollte. Also da muss ich merken, okay, Speed wird jetzt auf jeden Fall mehr schneller sein. Da werden Leute kommen, die wissen, was sie tun. Aber um ehrlich zu sein, ich liebe Herausforderungen. Ich brauche, also du brauchst einfach Herausforderungen in deinem Leben. Especially, wenn du gegen gute Defensive spielst, weil umso besser wirst du. Ich glaube, für jedes Spiel, was du spielst, umso besser deine Gegenüberspieler sind, umso besser wirst du selber. Als Running Back ist in der ILF natürlich Glenn Tunga das Maß aller Dinge. Aber Idole hat der Berliner Junge ganz andere. Tunga ist auf jeden Fall ein Spieler, wo ich sagen kann, ihn gucke ich gerne zu, hundertprozentig. Er auch meine Position spielt und man guckt Leute immer zu, die einfach ein bisschen mehr Ahnung haben. Aber eigentlich habe ich drei Vorbilder. Das sind Marshall Lynch, der erste. Dann hast du... Dann hast du Derrick Henry. So. Und dann, wenn ich ganz, ganz nach hinten gehe, so All-Time, Running Backs, dann hast du... Für mich habe ich, sage ich, Adrian Peterson. Und auch zum Thema Nationalmannschaft hat Chris Menke eine klare Meinung. Natürlich ist es halt so schade, dass jetzt Schuhan jetzt nicht mehr der Headcoach ist, so. Es ist halt... Ich weiß nicht, warum die es gemacht haben, so. Aber am Ende des Tages spielt man ja trotzdem für sein Land. Weißt du? Also ob jetzt ein Coach... Natürlich wäre es schon Coach Schuhan so. Aber wenn jetzt ein anderer Headcoach da sein sollte, sage ich jetzt nicht so, nee, ich spiele jetzt nicht so. Natürlich spiele ich. Weil am Ende des Tages spielst du ja nicht für eine Person, sondern am Ende des Tages spielst du für ein ganzes Land. Und darum, am Ende des Tages ist es okay, wer der Headcoach ist oder nicht. Und die Tirol Raiders haben das Signing von Jonathan Peppler bekannt gegeben. Der Offense-Lineman kommt von der Rheinfire nach Innsbruck. Warum er diesen Schritt vom Champion nach Tirol macht, das hat uns Jonathan selber erklärt. Es wird oft gefragt aktuell, warum wechselt man, wie kommt es, läuft es bei Rheinfire nicht, ist da irgendwie im Hintergrund irgendwas, was dazu führt, dass die Spieler gehen. Ich kann nur sagen, es ist eine Top-Organisation, Top-Coaches, Top-Stadion, Top-Fans. Da gibt es wirklich einfach nichts, was ich kritisieren kann. Es ist auch nicht der Grund, warum ich wechsle, sondern es ist einfach ein persönlicher Grund, dass ich meinen Charakter nochmal weiterentwickeln will. Es ist ein Unterschied, ob man Homegrown ist oder Import. Es ist ein Unterschied, ob man immer als Mensch in den gewohnten Situationen bleibt, wo es einem gut geht, in der Bekannten. Ich weiß, wenn ich jetzt nächstes Jahr bei Rheinfire spielen würde, das wäre alles so wie die letzten drei Jahre, was auch super schön ist. Aber auf der anderen Seite, um mich selber zu entwickeln, um meinen Charakter zu entwickeln, ist das, glaube ich, einfach mal ein cooler Schritt, woanders hinzugehen, in einem anderen Land zu spielen. Ich kenne ein, zwei Leute bei den Raiders, mit denen ich ab und zu mal irgendwie Kontakt hatte, aber niemanden, mit dem ich jetzt seit Jahren befreundet bin. Bei Rheinfire hätte ich meine O-Liner, mit denen ich jetzt seit fünf, sechs Jahren spiele, was einfach wirklich eine tolle Zeit war. Ich werde da jeden vermissen und wir haben aber auch Privatkontakt. Von daher, ja, ich habe natürlich auch mit denen gesprochen, bevor ich gewechselt habe. Und es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie im Bösen auseinandergegangen sind. Und ich freue mich einfach sehr darauf, bei den Raiders zu spielen. Ich meine, das Stadion ist toll, die Stadt ist toll und die Jungs, die ich da kennengelernt habe, sind alle super nett. Sie haben eine tolle Coaching-Crew und die Organisation ist ja bei vielen Football-Spielern dafür bekannt, dass sie einfach tolle Facilities haben. Und ja, ich hoffe, dass wir da zusammen die Raiders auf das nächste Level bringen können, bisher immer die Playoffs gerade so verpasst. Und nächstes Jahr werden wir einen Angriff nehmen, die Playoffs zu schaffen. Und vielleicht auch mehr, wir werden es sehen, wir werden alles dafür geben. Und ja, ich freue mich darauf, ich freue mich, euch im Stadion zu sehen. Und nächste Season wird, glaube ich, endlich mal eine Season, die wirklich hart umkämpft ist. Es gibt aber natürlich nicht nur Signings in dieser Off-Season. Einige gut bekannte Spieler sind derzeit noch ohne Team, also Free Agents. Wir haben Art Möller mal an die Recherche gesetzt. Jetzt hier unsere Top 3 der ILF Free Agents. Die Off-Season ist in vollem Gange. Die ersten Spieler verlängern ihre Verträge, Teams verpflichten neue Coaches und die ersten Wechsel stehen an der Tagesordnung. So mancher, der in den letzten Jahren noch als wichtige Stütz in seinem Team galt, steht jetzt aber vor ungewisser Zukunft. Top 3 Nathaniel Lobytale 2023 war er im Championship-Game der Superstar für Reihenfeier. 2024 ging er als Veteran nach Ungarn zu den Enthroners. Wie es in der nächsten Spielzeit für den US-Amerikaner weitergeht, ist derzeit noch unklar. Gründe, warum man ihn verpflichten sollte, dürfte es aber genug geben. Eine lange Erfahrung in Europa, drei hervorragende Songs in der ILF und ein absolutes Aushängeschild bekommt man mit Robytale. Es gibt aber auch Gründe, warum es schwer werden dürfte, für Nate ein neues Team zu finden. Erstens steigt das Niveau und die Konkurrenz von den A-Imports in der ILF immer mehr. Zweitens hat Robytale nicht die eine Fähigkeit, die ihn von dem Rest der Liga abhebt und drittens liegt der Peak seiner Karriere bereits hinter ihm und er zählt mit 32 Jahren nicht mehr zu den Jüngsten. Ein Engagement in der ILF dürfte für Robytale also schwierig werden. Vielleicht findet er ja eine neue Heimat bei ihm GFL-Team oder kommt als Injury-Backup zurück in die Liga. Er war der Anker der Mailänder Defense in der abgelaufenen Saison und hat schon bei zahlreichen ILF-Franchises gespielt. In den All-Time-Statistiken der ILF steht er auf Platz 2 der meisten Tackle for Loss und ist Dritter bei den Tackle-Leadern. Egal wo Blair hingeht, sei es Stuttgart, Köln, Istanbul oder Mailand, er ist immer ein Unterschiedsspieler gewesen und hat als Kopf der Defense immer einen Einfluss auf die Spiele gehabt. Auch wenn es nur wenige Linebacker mit einer vergleichbaren Physis und Spielstärke gibt, dürfte es nicht leicht werden, ein neues Team zu finden. Der Trend in der Liga geht immer mehr dahin, zwei Defensive Backs zu verpflichten. Somit fallen Linebacker und Defensive Ends immer öfter hinten rüber. Dass gar kein Team Blair verpflichten möchte, ist aber auch schwer vorstellbar. Optionen könnten die Enthonas, Berlin Thunder oder vielleicht auch eine Rückkehr nach Köln sein. Top 1 Juan Flores Calderon 20 Jahre alt, 2023 Wookie of the Year und über 1500 Receiving Yards und trotzdem hat er noch keinen Vertrag für die kommende Saison. Flores gilt als eines der größten Talente und ist bereits jetzt schon einer der besten Wide Receiver in der ELF. Auch wenn der Raketenarm von Luke Saratka aus seiner ersten Saison und die Umstellung auf einen amerikanischen Running Back in der zweiten Saison geholfen haben, die Stats aufzubessern, hat er gleichzeitig bewiesen, dass wenn der Spielstil stimmt, er zum Herzstück einer jeden Offense werden kann. Was jedoch problematisch werden könnte, Flores ist zwar in Spanien aufgewachsen, fing jedoch erst in Italien mit dem Football-Spielen an und gilt somit dort als Homegrown. Das könnte die Suche nach einem neuen Team zwar beeinflussen, trotzdem lohnt es sich für alle Teams einen genauen Blick auf die Personalie zu werfen. Wer in dieser Offseason einen derartig vielversprechenden Spieler mittel- bis langfristig binden kann, hat das Potenzial einen Superstar in seiner Offense zu haben. Möglicherweise sehen wir ihn ja zurück in seiner alten Heimat Spanien, bei den Bravos oder bei den Ravens, zusammen mit Tabor Russell, der einen Wurfarm ähnlich wie Luke Saratka hat. Bevor es weitergeht, seid so gut und lasst in 2024 nochmal ein Like da und abonniert den Kanal Football TV. Unter football.eu könnt ihr alle News und Signings aus ILF und GFL kompakt zusammengefasst nochmal nachlesen. Der Tod von Friedrich Knapp, dem Gründer der Modekette New Yorker und großem Football-Liebhaber, hat die Football-Szene geschockt. Viele Fans der New Yorker Lions machen sich Sorgen, was für Auswirkungen dieser Verlust auf den Braunschweiger Verein haben wird. Aber wir können Entwarnung geben. New Yorker bleibt auch 2025 Hauptsponsor und Namensgeber des GFL-Teams. Auf Social Media bedanken sich die Braunschweiger. Für das weitere Engagement von New Yorker damit verbunden, ist die Möglichkeit, das Andenken an Herrn Knapp und die weitere Förderung des Braunschweiger American Footballs fortzusetzen. Die Düsseldorf-Panther haben eine weitere Verpflichtung bekannt gegeben. Dirk Pennekamp stellt uns die neue Raubkatze vor. Die Düsseldorf-Panther verpflichten fleißig weiter für die erste GFL-Saison seit 2019 und machen auch keinen Halt, Spieler von Teams wie den Cologne Centurions oder Liga-Konkurrenten zu verpflichten. Mit der neuesten Verpflichtung landeten die Panther einen richtigen Stil. Mit Clemens Schuld kommt der letztjährige Offense-MVP der Paderborn-Dolphins zu den Düsseldorfern. Der Wide Receiver hatte für die Dolphins mit sieben Touchdowns die meisten Endzonenbesuche. Hinzu kommen 580 Receiving Yards in elf GFL-Spielen. Doch warum jetzt der Wechsel? Ich habe direkt am Ende der Saison mit Allen und JC geschnackt und habe mich auch direkt wohlgefühlt. Und generell die Spielphilosophie, die Ziele und Ambitionen des Teams haben gepasst. Und genau, also einfach das Gesamtpaket hat gestimmt. Die Dolphins kämpften zwar nicht unbedingt um die Playoffs mit, aber Clemens Schuld hat trotzdem nur gute Erfahrungen in Paderborn gesammelt. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Waren zwar viele Höhen und auch Tiefen, aber insgesamt war es einfach eine sehr positive Erfahrung für mich. Vor allem so Spiele wie gegen Braunschweig im Eintracht-Brandschweig-Stadion oder die Heimsiege. Waren einfach sehr, sehr schöne Momente. Und klar, man hatte auch ein paar Tiefs oder einige gegen zum Beispiel Potsdam. Aber alles in allem für mich eine positive Erfahrung auf jeden Fall. Und auch mit sehr, sehr vielen sehr guten und auch sehr angenehmen Mitspielern. Von daher war es doch sehr, sehr schön. Die Panther galten lange Zeit als sogenannte Fahrstuhlmannschaft. Immer wieder schwankte man zwischen Aufstieg in die GFL und Abstieg in die GFL 2. Mit den unteren Tabellenplätzen wollen die Panther 2025 nichts mehr zu tun haben. Welche Ziele verfolgt Schuld? Ja, Ziele für 2025 sind auf jeden Fall Playoffs. Und natürlich individuell besser sein als die letzte Saison noch. Und das sind so die Ziele für nächstes Jahr. Und dann langfristig würde ich gerne irgendwann nochmal in die ILF zurück. Da das eine Jahr bei den Ziele wird es für mich sehr, sehr kurz war, verletzungsbedingt. Kurz ist dabei noch nett ausgedrückt. Schuld erkämpfte sich über ein Combine der Hamburg Sea Devils einen Platz im Team. Eine Verletzung beendete die Saison von Schuld, bevor sie überhaupt begonnen hat. Die Sea Devils entließen den Wide Receiver vor Saisonbeginn. Doch Hamburg ist seine Heimat. War ein Homecoming bei den Sea Devils nicht schon 2025 denkbar? Homecoming war tatsächlich für mich keine Option dieses Jahr, da ich jetzt in mein viertes Mastersemester komme. und dadurch noch bis Ende August noch an Münster gebunden bin. Und dementsprechend kamen dann nur lokale Teams für mich in Frage. Genau, was dann nach dem Master ist, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Das ist noch alles offen. Die Panther haben einen starken Neuzugang dazu gewonnen. Wir wünschen viel Erfolg und eine verletzungsfreie Zeit. Die Berlin Rebels haben mit ihrem Headcoach Douglas Fryer verlängert. Fryer geht somit in sein viertes Jahr bei den Charlottenburgern. Der ehemalige Wide Receiver kam 2022 zu den Rebels, um die Offensive zu übernehmen, nachdem er zuvor als Headcoach der Paderborn Dolphins und Düsseldorf Panther wertvolle Erfahrungen an der Seitenlinie gesammelt hatte. Die Offensive unter Fryer klickte sofort, sodass es nur ein Jahr dauerte, bis er zum Headcoach der Berliner aufstieg. Unter Fryer erreichten die Charlottenburger 2023 erstmals die Playoffs. 2024 war etwas weniger erfolgreich, doch gilt das bei den Rebels nur als Ausrutscher. 2025 will man zurück in die Playoffs. Diesen Anspruch muss das Team haben als letzter Berliner Vertreter in der GFL. Nach der Vertragsverlängerung mit Headcoach John Gilligan können die IFM Razorbacks auch für die kommenden zwei Jahre auf eine weitere wichtige Stütze im Coaching-Staff zählen. Jake Suggett wird bis 2026 die Verantwortung für die Offensive der Ravensburger übernehmen. Suggett war 2024 als Offensive-Line-Coach geplant, doch kurz vor Saisonbeginn fiel der ursprünglich vorgesehene Offensive-Coordinator aus und er übernahm. Und das mit Erfolg. Platz zwei in der IRIMA GFL Süd und die Teilnahme an den Playoffs standen am Ende der Saison in den Büchern. Suggett ist jedoch überzeugt, dass im Team noch weiteres Potenzial schlummert. Nach anfänglichen Herausforderungen zu Saisonbeginn haben wir immer besser zeigen können, was in uns steckt. Wenn wir weiter an uns arbeiten, vor allem Turnovers minimieren und besser ins Spiel finden, sind wir für jedes Team in Deutschland gefährlich. Der US-Amerikaner, der 2023 noch als O-Liner für die Razorbacks unter Vertrag stand, musste nicht lange überlegen, um sich für zwei weitere Jahre an die Ravensburger zu binden. Ravensburg ist für mich zu einer echten Heimat geworden. Die Razorbacks haben mich mit offenen Armen empfangen und mir stets das Gefühl gegeben, Teil einer Familie zu sein. Auch die Fans und die Stadt sind mir ans Herz gewachsen. Es war unglaublich, wie wir letztes Jahr unterstützt wurden und ich freue mich schon darauf, wieder vor Ihnen auf dem Feld zu stehen. Jake Suggett wird Anfang 2025 zurückkehren und direkt in die Saisonvorbereitung starten. Er steht dabei im engen Austausch mit Head Coach John Gilligan, der aus familiären Gründen etwas später nach Ravensburg zurückkehren wird. Das war's mit der letzten Football-News-Zone für 2024. Ich möchte das zum Anlass nehmen, um mich zu bedanken. Bei Henrik Müller, dem Hirn und dem Antrieb hinter Football, Stefan Heseling, Arndt Müller, Dirk Pennekamp und Moritz Fitzek. Ohne diese Jungs würde es keine einzige Ausgabe der News-Zone geben. Vom gesamten Football-Team wünsche ich euch frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis 2025. Tschüss und bye-bye. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020